Wenn ich an die junge Wirtschaft denke, dann denke ich daran, dass wir stark sind, motiviert und ehrgeizig. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich reinfahren kann in die schöne Region und zur Firma in der schönen Natur. An der jungen Wirtschaft Kirchdorf schätze ich sehr, wir sind eine bunte Truppe an Praktika, an Machern. Man treibt sich ein bisschen selber voran. Also ich schätze an der jungen Wirtschaft Kontakte untereinander, dass man vernetzt ist mit den Jungunternehmern in der Region, dass man weiß, wer hinter diesen Firmen steht und sich austauscht. Ich glaube, man hat oft Probleme, die man vielleicht mit seinen Freunden nicht so gut ausreden kann und da ist das einfach der richtige Anhaltspunkt, wo man über solche geschäftlichen Dinge auch reden kann, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Es war jetzt wirklich schon an der Zeit, dass man wieder unter Leute kommt, sich mit Leuten austauscht, wieder super Betriebe gesucht. Es war einfach wieder einmal ein super Gefühl, dass man in so einer Anzahl von Leuten, in so einer Vielfalt von Unternehmen wieder einmal zusammenkommt. Dein677- Scrupter der Südkirche Mögen 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 Untertitelung des ZDF, 2020